Hallo und Grüße aus Wien, aber vergessen Sie nicht, Ihr Ticket nach Berlin zu kaufen, denn die Innotrans steht vor der Tür. September, Berlin, Innotrans. Wir sehen uns am Frequentis-Stand und erfahren Sie dort, was Mission X für Frequentis ist und wie wir Sie unterstützen können auf Ihrer Roadmap zu FMCS. Ich freue mich, Sie da zu sehen.